6 zu 1 für Frankfurt! Was für ein Spiel, Junge! Wie kriegst du es hin, 5 Tore zu schießen? Es gibt Spiele, wo alles läuft. Es gibt Spiele, wo immer nichts läuft. Zwei Spiele, zwei Siege. Denkst du, ihr seid geheim verboriten? Ich denke schon. Wie gesagt, so viele Bundesligas sind dabei. Wir sind ein Favorit dafür. Ist dein Ziel, Vorschützenkönig zu werden? Ich glaube, das erste Ziel ist, mit der Mannschaft frei zu kommen. Wenn wir hier als erster Platz weggehen, dann ist es Vorschützenkönig. Ich glaube, das ist sie. Das eine Reihe Zähne. Ich glaube, das ist das drei Mal.